Hallo Leute, wir sind heute hier im Badehaus Babylon in Köln, meiner schwulen Lieblingssauna, in der ich eigentlich sehr, sehr regelmäßig bin, natürlich nur zum Saunieren. Und wir werden heute für euch einen kleinen Solo drehen. Erstmal werde ich noch ein bisschen hier in der wunderschönen finnischen Sauna mich aufwärmen, dann geht es unter die Dusche und dann geht es raus an den Swimmingpool und da werde ich mir für euch was Gutes tun. Viel Spaß dabei. Lass uns mal duschen gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.